Hallo, ich hoffe es geht euch gut. Ich habe heute wieder den nächsten Teil, ich glaube mittlerweile den vierten Teil, meiner liebsten Netflix Original Serien. Mich hat jemand darauf angesprochen, warum ich eigentlich immer Original sage und nicht Original. Also jedenfalls habe ich mal wieder fünf Netflix Original oder Original Serien gesammelt. Die ersten drei Teile, die ich gedreht habe, werde ich euch in der Infobox verlinken, damit ihr auch schon wisst, über welche Serien ich schon geredet habe. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich. Als erstes würde ich gerne mal Orphan Black erwähnen. Habe ich schon mal in meinem unterschätzten Serienvideo erwähnt. Es ist auch eigentlich gar kein Netflix Original. Netflix hat ja auf jeden Fall die Serie nur übernommen. Davor war es irgendwie BBC America, glaube ich. Orphan Black ist eine kanadische Serie und ist im Genre Science Fiction angesiedelt. Man kann wirklich nicht viel über die Serie sagen, ohne zu spoilern. Ich sage mal nur so kurz, um was es so am Anfang geht. Die Protagonistin Sarah Manning trifft an einem Bahnsteig, auf einem Bahnsteig, eine Frau, auf eine Frau, die genauso aussieht wie sie. Also exakt ein Ebenbild. Und die stürzt sich dann auf die Gleise von Zug. Und Sarah Manning nutzt diese Gelegenheit, auch irgendwas Schock natürlich, und stiehlt die Handtasche und so weiter und die Sachen dieser Frau. Und will dann deren Identität annehmen. Was ja auch an ihrem Punkt ihres Lebens eigentlich ganz gut passt. Kommt ihr gerade recht sozusagen. Und dann wird nach und nach dieses Geheimnis gelüftet. Und Sarah trifft dann auch noch auf einige andere Frauen, die eben genauso aussehen wie sie. Also natürlich anderer Style und so weiter. Also die Hauptdarstellerin Tatjana Maslany, die spielt sozusagen nicht nur eine Hauptrolle, sondern sie spielt gleich irgendwie fünf, sechs Hauptrollen. Und das macht sie wirklich richtig, richtig gut. Also sie wurde auch irgendwie gleich für den Golden Globe nominiert. Und sie hat auch schon einen Emmy bekommen. Und die Serie hat auch generell schon einige Preise bekommen. Orphan Black ist mittlerweile gar nicht mehr so unterschätzt. Also es kennen schon eigentlich relativ viele Leute. Und ja, die Serie ist unglaublich spannend. Eben tolle Schauspieler. Also der Look erinnert so ein bisschen an skandinavische Krimis. Und es ist überhaupt nicht so gekünstelt, amerikanisiert, was ich sehr schön finde. Und die Handlung ist relativ flott erzählt innerhalb von fünf Staffeln, kurz und knackig. Ich glaube, es gibt immer zehn Folgen pro Staffel. Es ist wirklich kreativ. Also meine originelle Story und so. Als nächstes habe ich Atypical. Da gibt es eine Staffel und eine zweite Staffel wurde schon bestätigt. Ist eher im Genre, ich sag mal Comedy, Dramedy so. Es geht um den 18-jährigen Sam Gardner, der Schüler ist und außerdem Autist ist. Ich glaube, ich muss jetzt nicht erklären, was genau Autismus ist. Also meistens so ungefähr weiß man es schon. Ich finde es aber gut, dass in der Serie wird es nochmal wirklich sehr ausführlich gezeigt und geschildert, was alles mit dieser Krankheit verbunden ist. Viele Autisten sind ja auch in irgendwelchen Gebieten besondere Genies. Entweder vielleicht in der Kunst oder sie sind Mathematik-Genies oder sie lieben den Weltraum. Und Sam begeistert sich sehr, sehr stark für die Antarktis und auch für Pinguine zum Beispiel. Das kommt öfters in dieser Serie vor. Aber in seinen sozialen Fähigkeiten hapert es natürlich sehr stark. Damit ist dann zum Beispiel auch verbunden, dass er immer an Stellen die Wahrheit sagt, wo es nicht unbedingt angebracht ist, weil er einfach kein Gespür dafür hat, wann man was sagt. Und es geht dann eben in dieser Serie um seine Familie sehr stark. Also seine Schwester und seine Mutter haben auch Handlungsstränge. Und in den Folgen werden auch immer seine Therapiesitzungen gezeigt. Und ja, es ist eine lustige Serie, die aber auch irgendwo berührt. Sam versucht dann nämlich auch irgendwie Dating-Erfahrungen zu machen. Und ja, seine erste Liebe und so, das ist natürlich auch nicht so einfach, wenn man Autist ist. Sag jetzt mal, mehr als nicht nur einfach. Und ich finde es schön, weil es nicht wirklich so eine Serie gibt, die das so sehr ausführlich zeigt. Oder die jemand mit Autismus als Protagonisten hat. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Ich kannte das bisher eigentlich nur aus der Serie Skins. Also aus der dritten und vierten Staffel in Form von J.J. In seinen Folgen wird dieses Thema schon auch behandelt. Die Serie ist echt sehr, sehr gut. Also ich kann sie empfehlen. Man bekommt auch so ein bisschen ein besseres Verständnis für diese Krankheit. Natürlich ist manches schon ein bisschen Stereotyp gehalten. Aber ich denke, anders hätte diese Serie vielleicht auch gar nicht funktioniert. Also ich finde es nicht zu Stereotyp, also sodass es mich sehr stören würde. Als nächstes noch eine Mystery-Serie und zwar The OA. Da gibt es eine Staffel, ich glaube vor einem Jahr ist die rausgekommen, die Serie. Und es wurde auch eine zweite Staffel bestätigt, was ich sehr gut finde, weil ja das Ende ist sehr, sehr offen. Also das Ende von The OA, von der ersten Staffel, hat viele, viele Fragen offen gelassen. Und da kann man auch auf verschiedene Weisen interpretieren. Und man kann auch nicht viel über die Handlung sagen, ohne zu spoilern. Deshalb sage ich jetzt einfach nur mal die Ausgangssituation. Nach sieben Jahren taucht die junge Frau Prairie wieder auf. Sie war irgendwie verschwunden und niemand wusste, wo sie war. Und sie kommt jetzt auf einmal wieder und hat außerdem wieder ihre Sehkraft erlangt, weil sie nämlich vorher blind war. Und ja, dann wird nach und nach, kommt dann raus, wo sie gewesen ist, was sie erlebt hat, was sie durchgemacht hat. Sie erzählt es fünf Leuten, verschiedensten Leuten. Sie nennt sich mysteriöserweise The OA und hat auch ganz viele Narben am Rücken. Aber wie gesagt, das wird alles nach und nach dann aufgelöst. Die Serie ist echt wow. Also es ist so eigentlich so ganz anders, als was man so kennt. Man muss sich wirklich drauf einlassen. Die Geschichte ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und ja, sie macht auch irgendwie an vielen Stellen sehr betroffen. Ist echt berührend. Also kann man wirklich sagen. Man kann sich nicht viel darunter vorstellen, wenn man es selber nicht schaut. Aber, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Macht es auf jeden Fall. Dann geht es eher in die Richtung Romantic Comedy. Es geht um die Serie Love. Der ganz simple Titel, Love. Es gibt zwei Staffeln und es soll auch eine dritte geben. Die Serie ist von Judd Apatow. Den kennt man von vielen verschiedenen Komödien. Der hat zum Beispiel gemacht Jungfrau, 40 männlich sucht. Wie das Leben so spielt, beim ersten Mal, sind alle sehr bekannt. Es geht hauptsächlich um die Beziehung zwischen Gus und Micky. Die treffen sich zufällig in einem Tankstellen-Shop. Tankstellen-Shop. Und Micky ist auch total verkatert und so weiter. Und sie verbringen dann einen ganzen Tag miteinander. Tauschen dann Nummern aus. Und ja. Dann entwickelt sich so eine sehr holprige, aber auch sehr realistische Liebesbeziehung zwischen den beiden. Gibt natürlich auch noch andere Handlungsstränge und so weiter. Aber im Zentrum steht eben diese Beziehung. Diese Beziehung. Also ich muss sagen, ich fand die Serie besser als gedacht. Ich bin bei romantischen Komödien immer so ein bisschen skeptisch, weil ich kenne tatsächlich nur wenige Gute. Mir haben auch die Dialoge sehr gut gefallen. Ich fand die Serie ist wirklich schon sehr realitätsnah. Also irgendwie ist es nicht wirklich was Neues oder so. Aber man hat irgendwie das Gefühl, das hat man irgendwo schon mal gesehen. Aber nicht schlecht. Es ist sehr schön ungekünstelt. Und ich finde es auch gut, dass die beiden Hauptfiguren einen auch manchmal richtig aufregen. Weil sie halt sehr realistisch gezeichnet sind. Und es ist nicht so, dass man immer nur Sympathie für die beiden hat. Und es gibt in so einem Nebenhandlungsstrang auch so eine Kritik an diesen Hollywood-Serien. Weil Gus an so einem Filmset arbeitet. Und da gibt es dann so Seitenliebe auf diese kommerziellen Ami-Serien. Und ist eine solide Serie mit guten Schauspielern. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Und eine Serie noch, die ist relativ neu. Es ist auch eine Dramedy-Serie, wo es eine Staffel erst gibt. Das ist Glow. Glow ist auch von den gleichen Produzenten von Orange is the New Black. Und es hat auch einige Parallelen. Es gibt viele weibliche Charaktere, die auf engstem Raum zusammen sind. Und genau. Es ist in die 80er Jahre verlegt. Und es ist eine fiktionalisierte Geschichte von der ersten weiblichen Wrestling-Gruppe. in den USA, namens Glow. Und also diese Gruppe gab es wirklich. Aber die Geschichte ist erfunden. Also hauptsächlich, denke ich mal. Also ich muss jetzt kurz dazu sagen, ich bin überhaupt kein Wrestling-Fan. Und ich kenne mich doch überhaupt nicht aus. Aber das muss man gar nicht, um die Serie zu mögen. Es geht hauptsächlich um Ruth. Die gespielt ist von Alison Brie. Die kennt man zum Beispiel von Madman oder von Community. Und die ist so eine erfolglose Schauspielerin. Und rutscht da eher so rein zufällig in dieses Casting für diese Wrestling-Ding. Also es ist, wenn man jetzt Vergleiche zu Orange is the New Black aufstellen will, es sind auch wieder diese verschiedenen weiblichen Charaktere, die aufeinandertreffen. Es gibt Rivalität und Freundschaften und Liebe. Also die Charakterdarstellung ist jetzt nicht so ganz so ausgefeilt wie bei Orange is the New Black. Da ist auch nicht so viel Zeit dafür. Aber es gibt dann zum Beispiel auch einen männlichen Gegenspieler sozusagen in Form des Regisseurs, der ziemlich zynisch ist, oft gemein, teilweise ein bisschen sexistisch ist, aber bei dem man merkt, dass er das Herz am rechten Fleck hat. Serie ist wirklich sehr unterhaltsam, lustig und eben manchmal traurig. Es ist so ein guter Mix irgendwie. Und wie gesagt, dieses Wrestling-Thema stört absolut überhaupt nicht. Also Glow kann ich auch auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Und das war's schon wieder von dem Video. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme langsam gar nicht mehr so mit, weil es immer wieder neue Netflix Original Serien gibt. Und ja, aber ich bin immer noch fleißig dabei am Schauen. Ich habe auch, glaube ich, jetzt schon fast wieder fünf Serien, weitere Serien zusammen, die ich dann im fünften Video erwähnen könnte. Und ja, vor allem werde ich mich jetzt auch ein bisschen mehr auf diese neueren Serien konzentrieren, weil ich glaube, das ist auch immer interessanter zu wissen, welche von den neuen Serien man unbedingt anschauen sollte. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da, was ihr zu den einzelnen Serien, die ich genannt habe, sagt und welche ihr mir noch empfehlen könnt. Dann sehen wir uns das nächste Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.